Oh, wow! Oh oh, vielleicht ist es ja okay. Oh, das macht Spaß. Das macht Spaß. Papa, komm mal, schau mal. Ja, ja. Ist das nicht toll? Das habe ich selber gemacht. Das sollst du wirklich nicht an den Wänden machen, Stace. Oh, das habe ich nicht gewusst. Wieder sauber. Deine Nägel sind zu lang. Wir müssen die kürzen. Oh, nee, nee. Sei bereit. Wo gehst du hin? Warte. Komm her. Wenn du dir deine Nägel nicht schneidest, sieht sie so aus. Ah, okay, die schneiden wir. Hm, es funktioniert. Das ist gar nicht schlimm. Natürlich. Wow, wow. Das mache ich schöner. Stacy. Was ist denn, Papa? Auch hier solltest du das nicht machen. Oh, das habe ich nicht gewusst. Okay, fertig. Tschüss. Wow, das Make-up von meiner Mama. Was ist das denn? Oh, das klebt. Papa, hilf mir bitte. Was ist denn nur passiert? Stacy, du sollst nicht mit dem Make-up deiner Mutter spielen. Das habe ich nicht gewusst. Alles wieder sauber. Nein, nein, nein. Alle einsteigen. Stacy, guck, du hast es fallen lassen. Wie ist dein Name? Stacy. Stacy, freut mich, Stacy. Alle einsteigen. Alle einsteigen. Oh, warme Schokolade. Hallo, möchten Sie gerne ein paar Kekse? Einen für dich und einen für Sie. Wow, danke schön. Vergiss nicht, einen Brief zu schreiben, zu Weihnachten. Weihnachtsmann, du kennst die Adresse, oder? Nordpol. Und wusstest du, dass deine Nase genau da ist? Frohe Weihnacht.